Arad, Rumänien Arad ist eine Großstadt ganz im Westen Rumäniens, am Übergang des Kreischgebiets zum Banat und unweit der Grenze zu Ungarn. Sie bietet eine gut erhaltene Festung im Wurstil und eine schöne Altstadt mit viel historischer Bausubstanz aus der Habsburger Ära, von Barock bis Jugendstil. Arad ist eine Kulturstadt mit einer Philharmonie, mehreren Theatern und einem großen Museumskomplex. Letzter dürfte vor allem geschichtsinteressierte Locken, wurden in der Region doch viele bedeutende Zeugnisse aus verschiedenen Phasen der Menschheitsgeschichte ausgegraben, die hier ausgestellt werden. Letztlich ist Arad auch ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für den Nordwesten Rumäniens. Minipipe-Symbol am Ufer des Miresch, im Hintergrund der Kulturpalast. Mit dem Flugzeug Arad selbst hat einen kleinen. Dieser weist aber, Stand Oktober 2018, nur saisonale Charterverbindungen mit Antalya auf. Der nächste größere Flughafen ist 60 Kilometer südlich in Temischara, dorthin gibt es auch Direktflüge aus Deutschland. Dort kann man einen Mietwagen nehmen und selbst nach Arad fahren, ins Zentrum braucht man etwa 50 Minuten, oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Bus E4B fährt aber nur viermal täglich, oder Taxi für ca. 30 Lei zum Nordbahnhof. Dort fahren ungefähr stündlich Züge nach Arad, die zwischen 48 Minuten und anderthalb Stunden brauchen. Da Taxifahren wesentlich billiger ist als in westlichen Ländern, kann man sich auch die ganze Strecken nach Arad chauffieren lassen. Nach Taxameter sollte das etwa 170 Lei, umgerechnet 38 Euro, kosten. Preislich ähnlich sind private Transfers. Im PKW für bis zu drei Passagiere kostet das 34 Euro, im Mini-Wähn mit acht Plätzen 49 Euro. Mit der Bahn Mini-Pipe-Symbol-Hochkant gleich 1.3-Pipe-Symbol-Historisches Empfangsgebäude des Bahnhofs Arad der ist ein wichtiger Knotenpunkt zwischen Nordwestrumänien und dem Nachbarland Ungarn. Er ist seit 1858 in Betrieb. Aus dem deutschsprachigen Raum erfolgt die Anreise üblicherweise über Budapest. Von dort gibt es täglich drei Intercities, die gut vier Stunden nach Arad brauchen und zwei Nachtzüge, Euronight, mit denen man etwa viereinhalb Stunden fährt. Einer davon fährt sogar ohne Umsteigen von Wien. Von dort braucht man etwas mehr als siebeneinhalb Stunden. Von München geht die schnellste Verbindung in 11,45 Stunden. Von Frankfurt am Main in 15 Stunden, von Zürich von Zürich in gut 16,5 Stunden nach Arad, alle jeweils mit einmal umsteigen in Wien. Das zeigt, dass Arad bahntechnisch besser an Mitteleuropa angeschlossen ist als an die eigene Hauptstadt. Von Bukarest braucht der schnellste Zug fast zehn Stunden. Von der Nachbarstadt Timischara gibt es täglich zwölf durchgängige Züge, also ungefähr im Stundentakt, aber nicht ganz so regelmäßig, morgens und nachmittags häufiger, mittags gibt es dafür eine Pause. Die Interregios brauchen circa 50 Minuten, die Regios zwischen 1 Uhr 10 und anderthalb Stunden von 115 Kilometern nördlich gelegenen Oradea gibt es am Tag sieben Direktverbindungen nach Arad, die schnellste dauert zwei, eher, die langsamste drei Stunden, eher. Mit dem Bus Eurolines bieten von zahlreichen deutschen Städten Fernbusverbindungen ohne Umsteigen direkt nach Arad. So braucht man zum Beispiel von München 14, 45 Stunden und bezahlt 79 Euro. Von Dresden in der Regel 15,5 Stunden, 94 Euro. Von Frankfurt am Main je nach Verbindung 17 oder 21 Stunden, 94 Euro. Von Leipzig 17,5 Stunden, 99 Euro. Von Berlin 17 Uhr 45 bis 20 Stunden, 109 Euro. Auf der Straße Arad liegt direkt an der Autobahn A1, die auch mit dem ungarischen Autobahnnetz verbunden ist. Aus DACH kommend kann man also durch ganz Ungarn bis nach Arad Autobahn fahren. Von Wien sind es zum Beispiel 500 Kilometer, die man in etwa 5 Stunden bewältigen kann. Von München 940 Kilometer, für die man 9 Stunden reine Fahrzeit einplanen muss. Von Timischara braucht man, auch dank der Autobahn, nicht mal eine Stunde. Mit dem Fahrrad in Arad endet der Muresradweg, der von Brankovnes die über Targo Mures und Alba Julia hierher führt, insgesamt 461 Kilometer. Zu Fuß, optional, der europäische Fernwanderweg E7 soll künftig von den Alpen, Slowenien, Kroazien und Ungarn kommend nach Arad und weiter Richtung Ukraine führen. Er endet aber bislang in Nadlak an der ungarisch-rumänischen Grenze, von dort sind noch knapp 50 Kilometer zu überbrücken. Mobilität Mini-Pipe-Symbol Links-Pipe-Symbol Straßenbahn in Arad Früher waren diese Wagen in Stuttgart in Einsatz. Arad hat ein Straßenbahnnetz von über 100 Kilometern mit 16 Linien, davon 11 Stadt- und 5 Überlandlinien. Dazu gehört auch die Überlandstraßenbahn nach Jorok an der Weinstraße. Kirchen, Synagogen, Tempel Burgen, Schlösser und Paläste Mini-Pipe-Symbol Luftbild der Festung Arad Bauwerke Barock und Klassizismus Mini-Pipe-Symbol Altes Casino Historismus Bahnhof Historisches Empfangsgebäude von 1858 Mini-Pipe-Symbol Collegio Nacional Moas Nikoara Mini-Pipe-Symbol Neumann Palais Mini-Pipe-Symbol Kulturpalast Mini-Pipe-Symbol Hochkant-Pipe-Symbol Palais Kovac Jugendstil Sezession Es gibt in Arad unzählige palaisreicher Kaufleute und industrieller sowie, großbürgerliche Wohnhäuser aus der Zeit um 1900 im Sezessions- oder Jugendstil. Hier können nur einige davon aufgezählt werden. Denkmäler Mini-Pipe-Symbol Hochkant-Pipe-Symbol Statue des Heiligen Nepomuk-Straße Episkopie Ecke Straße der Sianu 1729 errichtet, ältestes Standbild der Stadt Statue Libertati, Parkul Reconcilie 1890 errichtet zur Erinnerung an die 13 Generäle, die Anführer der ungarischen Revolution von 1848-1849 waren und nach dem Scheitern des Aufstandes in Arad hingerichtet wurden. Die Statue wurde vom Bildhauer Hussar Adolf gestaltet. Kruzea Martiulor Uniri 1918-1919, Parkul Mihai Eminescu 1936 errichtet zur Erinnerung an die Opfer des ungarisch-rumänischer Kriegs 1919 Monumentul Eruilor, Piata Avram Janku 1960 errichtet zur Erinnerung an die Gefallenen im Befreiungskampf gegen die deutsch-ungarische Besatzung Transsilvaniens während des Zweiten Weltkriegs Museen Museumskomplex Arad, einschließlich Straßen und Plätze Mini-Pipe-Symbolpflaster auf dem Rathausplatz Aktivitäten Mini-Pipe-Symbolfoyer im ersten Obergeschoss der Philharmonie Ausflüge Naturpark Maroschauen, Parkul Naturalung Camoresului, touristisch erschlossenes Naturschutzgebiet, das zahlreichen geschützten Arten Heimat bietet. Hier findet man unter anderem Seeadler und Seidenreier, Welser und Fischotter, Wildschweine und Haselmäuse 178 Vogelarten, die auf der roten Liste stehen, sind hier vertreten Man kann den Park mit Kanus, zu Fuß oder mit dem Rad durchstreifen Es gibt mehrere Warten zur Beobachtung von Vögeln und anderen Tieren Informationsstationen vermitteln Wissen über das Ökosystem Zum Park gehören die strikten Schutzgebiete Großer Kies, Wald von Senat, Große Insel von Senat und Inselgruppe Igris Der Naturpark beginnt gleich am südwestlichen Stadtrand von Arad und zieht sich dann über mehr als 50 Kilometer bis an die ungarische Grenze, immer am Meandern der Anlauf des Marosch entlang Website Die Arater Weinstraße beginnt gut 20 Kilometer östlich von Arad in und führt auf einer Länge von ca. 20 Kilometern durch die Orte Minis, Guoruk, Kovasandes nach Sie wurde 2015 mit EU-Förderung saniert Bis Guoruk kann man auch mit der Straßenbahn fahren In Minis gibt es ein, Muzol Viesi Vino Lui In Sophronea, 1889 fertiggestelltes historistisches Schloss, das für eine ungarische Freiherrenfamilie errichtet wurde Minipal-Symbol-Schloss von Matzea Kastel-Ul-Xanowix, und botanischer Garten in Matzea, 24 Kilometer nördlich von Arad, an der DG 709b hinter Kurzizi Maßgeblich von 1862 bis 1886 im historistischen Stil gestaltetes Grafenschloss Der 21,5 Hektar große Garten wird von der Universität Vassile Goldis als botanischer Garten genutzt Lipova, Lipa, Kleinstadt ca. 32 Kilometer östlich von Arad, an der DN 7 Richtung Devar, Kurort und ehemaliger Komitatsitz mit reicher Geschichte Historischer Stadtkern mit türkischem Bazar aus dem 17. Jahrhundert, barocke Klosterkirche Maria Radner, katholisches Wallfahrtsziel, Stadtmuseum Kastel-Ul-Konopi oder Konop, in Utwos Verlassener, klassisistischer Adelssitz Leider in keinem guten Zustand 45 Kilometer östlich von Arad an der DN 7 Richtung Devar, knapp eine Stunde mit dem Bummelzug, vom Bahnhof Korfeni sind es noch zwei Kilometer Fußweg zum Schloss Kastel-Ul-Rigal de Lasavasin, zwischen 1650 und 1680 ursprünglich für eine ungarische Adelsfamilie angelegtes, schönes Barockschloss 1870 umgestaltet, 1943 ging es in das Eigentum der rumänischen Königsfamilie über, heute gehört es wieder deren Nachfahren 87 Kilometer östlich von Arad an der DN 7 Re 19. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, 20. 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 Jahrhundert